Freunde, vergesst nicht meine limitierten Santex-Plüschtiere auszuchecken auf merchmeet.shop.santex Und noch viele weitere Merch von mir, für jeden ist etwas dabei, schaut gerne vorbei Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte dazu, also sei schnell und schnapp dir was Heute schlagen wir das Suica-Watermelon-Game mit Roblox Passt wieder rein, passt wieder rein In diesem Spiel musst du Früchte kombinieren und das Ziel ist es, eine Wassermelone am Ende zu haben Let's go, oh mein Gott Dieses Spiel ist momentan eines der schwierigsten und unmöglichsten Spiele in ganz Roblox Schaffen wir es das Suica-Watermelon-Game durchzuspielen und die Wassermelone am Ende zu bekommen Los geht's Freunde, wir spielen heute mal zusammen das Suica-Watermelon-Game in Roblox Und in diesem Spiel, ey yo, sehen wir schon die Wolke oben Und in diesem Spiel haben wir hier einfach Früchte, Freunde, ihr seht das Ganze Und wenn wir zum Beispiel zwei Trauben haben und die miteinander kombinieren Oh, verwandt das Ganze in eine Orange Und so geht das ganze Spiel Das bedeutet, wir haben verschiedene Früchte, die wir auf jeden Fall miteinander kombinieren können Rechts seht ihr, wir fangen zum Beispiel an bei der Kirche Machen weiter mit einer Erdbeere und so weiter Und kombinieren uns bis hin zu einer Wassermelone Freunde, ich bin hier auf der linken Seite Moin moin, ähm, da bin ich Damit ihr rechts alles sehen könnt Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Erdbeere Und wenn wir jetzt die Erdbeeren kombinieren, kommt als nächstes Ah, eine Traube raus Okay, das bedeutet, dass wir das Ziel sein Und Junge, es ist eigentlich ein chilliges Früchtespiel Aber Freunde, es soll wirklich das schwierigste Game in ganz Roblox sein, Freunde, im Moment Und wenn wir das First Try schaffen, das wäre krass Das Problem ist, guck mal, wir haben jetzt hier schon mal zwei Orangen Und die können sich nicht weiter kombinieren Ich glaube, wir brauchen eine Taktik Zum Beispiel, oh, Traube, Traube Oh, wir haben jetzt schon hier die nächste Orangene Frucht am Start Okay, wir können jetzt die kombinieren und dann Oh, haben wir noch eine Orange Das Problem ist, die Orangen müssen sich auch berühren Ey, yo Und das Ziel würde es sein, würde ich eine Wassermelone zerreichen Es sieht einfach aus und hört sich einfach an Es ist ein chilliges Früchtespiel Aber, Freunde, ich glaube, ob ihr das ganz schafft, wer weiß nicht Okay, wir wirfen die Kirsche rein Aha, alles klar, Kirsche Dann haben wir hier die Traube Oh, und jetzt zu der Frucht Okay, okay Und ich glaube, wenn einmal alles durch ist, werden sich alle Oh, Früchte kombiniert, damit die nächste Frucht Ey, yo, wer bist du? Wer bist du, Abstand? Oh, Mann, Freunde Und in diesem Video werdet ihr sehen, wie ich das ganze Spiel durchspiele und probiere Die Wassermelone zu bekommen Oh, jetzt haben wir schon mal zweimal diese Frucht Was ist das für eine Frucht? Ist das etwa eine Pampelmüse? Ist das eine Pampelmüse? Ich weiß nicht Aber, okay Wir haben die Erdbeere Ich würde sagen, guck mal Wir werfen die Erdbeere auf die Traube Denn wenn wir zwei Trauben, äh, zwei Erdbeeren haben Können wir mit der Traube kombinieren Junge, wieso berühren die sich nicht? Okay, okay Ah, alles gut Nur die Ruhe bewahren Yo, let's go Wir kombinieren immer weiter die Früchte Und ich glaube, am Anfang ist es relativ einfach Yo, Junge, wer bist du? Holy Holy moly Ich glaube, wir sind gut Ich glaube, wir stellen uns richtig gut an Freund, stell mal vor, wir werden das ganze First Try Yo, schaffen Junge, jetzt haben wir drei von denen Jetzt haben wir drei von denen Aber keine berührt sich Das ist auf jeden Fall sehr Hä? Wer bist du denn? Oh mein Gott, wir haben eine Pinke Und rechts seht ihr Pink ist, ähm Also wir brauchen noch drei weitere Stufen Um eine Wassermelons haben Und das Spiel durchzuspielen Okay, das soll natürlich unser Ziel sein Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran Um zu sehen, ob wir es schaffen Das ganze Suica Watermelon Game Äh, bis zum Ende durchzuspielen Okay, wir machen das Ganze mal so Ich hab jetzt keine Zeit Ich werfe einfach die Früchte hier Let's go runter Und irgendwie Es funktioniert Irgendwie funktioniert das Ganze schon Sehr Oh, sehr, sehr gut Okay, wir haben jetzt die Frucht hier am Start Wir haben hier Ah, die Traube kommt hier Wir müssen halt immer schauen Ja, ja Und ja Ja, ja Oh mein Gott Let's go Okay, jetzt müssen die beiden zusammen Und Wir haben eine Ananas Junge Es läuft zu gut Ey, Junge Wenn ich das First Try schaffe, Freunde Ich glaube, ich bin der Erste weltweit Die dieses Spiel First Try einfach durchspielt Aber Wir geben unser Bestes Wir geben unser Bestes Okay Jetzt sind wir in die Kirche am Start Denn, Freunde Ich hab gehört Dieses Spiel ist im Moment super beliebt Und es schafft nur die wenigsten es durchzuspielen Wir haben gerade 500 Punkte links am Start Okay Wir kennen das hin, Freunde Zusammen kriegen wir hin Das Ganze hin Und ich werde euch natürlich die besten Taktiken zeigen Wie ihr auch dieses Spiel durchspielen könnt Und zwar meine Taktik ist immer Dass ich immer die Früchte, die ihr rechts seht Immer in die Nähe mache Zum Beispiel haben wir hier eine Traube Und was ist das hier? Eine Orange Und die probiere ich immer in die Nähe zu machen Denn wenn ich jetzt zwei Trauben habe Und die miteinander kombiniere Ich glaube, das macht Sinn Boom Und dann passiert das Genau Dann verbinden sie sich automatisch Das ist schon mal sehr, sehr gut Okay, da würde ich sagen Zack Wir haben natürlich alle Früchte, die ungefähr gleich sind Immer in die gleiche Abteilung Oh yeah Oh yeah Zwei Orangen haben wir am Start Und Nein Er steckt geblieben Ey, yo Okay, jetzt haben wir ein Problem Schaut euch Jetzt haben wir ein Problem Wir brauchen hier die Kirche Ey, yo Oh nö Oh nö Okay Es geht an Es geht an Und wir haben natürlich verloren Wenn alle Früchte bis nach ganz oben gefüllt sind Okay Langsam Langsam ist das, glaube ich, schwierig Wir müssen langsam ein bisschen aufräumen, muss ich sagen Okay, wir machen die Orange hier hin Die Traube können wir hier hinwerfen Ah, was haben wir Oh nein, die Kirche Passt die da rein Passt die da rein Nein Wieso bleibt die Kirche da stecken Okay Es geht los Und yo Okay, wir haben die Pekefrucht Freund, was ist für eine Frucht? Schreibt es mal in die Kommentare Ich kenne die gar nicht, muss ich sagen Alle Okay, wir werfen mal die Traube hier Oh oh Okay, jetzt haben wir eine Kirche hier Okay Oh nein Und jetzt Nein Jetzt Oh mein Gott, Freunde Ihr seht Wenn man einmal Was für Masse Dann geht's Okay Ja, ja, ja Oh, die müssen sich berühren Aber die Erdbeere ist im Weg Junge, wieso gucken die so besauer die Erdbeere Okay, was machen wir mit Erdbeere Ah, Mist Okay, okay Das Ganze mal so probieren Okay Ich habe eine Zeit Wir müssen probieren Die Erdbeere irgendwie loszuwerden Indem wir Boom Das Ganze so machen Okay Oh, rechts seht ihr natürlich auch immer die Früchte Die als nächstes sind Oh nein Jetzt kombiniert die beiden sich nicht Ey, Junge Oh oh Okay, wir probieren mal Äh Wir machen hier die Traube Nein Junge, die rutscht Oh mein Gott Die rutscht Oh Junge Oh Junge Das Oh, ja, ja, ja Ja, sehr, sehr gut Okay Irgendwie funktioniert es Ich habe keine Ahnung wie Aber Es Oh nö Oh nö Es funktioniert, Junge Es ist wirklich So ein So ein kleines Spiel Man denkt Ach, man muss nur Früchte kombinieren Das wird doch schon nicht so schwer sein Aber in Wirklichkeit Junge Ihr seht es Wir füllen uns langsam nach oben Wir füllen uns langsam nach oben Wir müssen jetzt langsam Früchte kombinieren Ansonsten wird das hier Nichts mehr Okay, wir machen die Traube hier Jetzt haben wir eine Orange Zack Okay, das sieht gut aus Das sieht Zack Ja, 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 ja Okay Freunde, wir füllen uns Yo, wir haben zwei Ananas Oh mein Gott Wenn die es kombinieren Haben wir schon Oh mein Gott Da sind wir eins von der Wassermelone Ja Kombiniert euch Juggi Was ist mit ihnen Kommt schon Okay Traube Traube, Maube Junge Okay Wenn die anderen sich kombinieren Das wäre krass Wie kombinieren die sich jetzt Die Frage Die stecken fest Wir müssen das irgendwie loswerden Egal Wie kriegen das denn, Freunde Wir schaffen das schon Wir sind wieder gut dabei Wir sind sehr, sehr gut dabei Okay, Apple Nein, der Apfel muss sich Oh nö Und jetzt ist die Kirche hier Och nö Und jetzt bleibt die Kirche Och nö Och nö Okay, wir brauchen eine Taktik Wir brauchen eine Taktik Ich glaube, es ist nicht so schlau Einfach alles hier so reinzuwerfen Aber Ich kenne keine Taktik Das ist meine allererste Runde In dem ganzen Spiel, Freunde Oh Okay, hier ist was passiert Das sind zwei anderen Das wäre mir die los Das wäre krass Das wäre sehr, sehr krass Muss ich sagen Äh, wir wirfen die Kirche hier hin Okay, die Erdbeere machen mir hier Alle Früchte, die ungefähr gleich sind Oh, komm da Die Taktik Oh, ich kann nicht hinsehen Ich kann Oh, ja Ja, 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 ja Okay, da ist irgendwas passiert Okay, wir haben zwei Apples Die kombinieren sich halt nicht das Problem Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Freunde, vergesst natürlich auch nicht Auf meine Merch-Shop vorbeizuschauen Merch-Shop Slash-ZedX-Verband Ein cool ZedX-Merch Und für nur einen Brand-9 ZedX-Büß-Tiere Oh, ja, die sind auf jeden Fall Mega, mega cool Schnappt euch eins Ja, 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 ja Oh, oh, oh Das Oh, die rutschen durch Die müssen sich nur noch kombinieren Wir haben 1200 Punkte Okay, das ist unsere erste Runde Junge, ich hätte nicht gedacht Das ist ein Spiel so viel Junge, ich hasse dieses Spiel So viel Spaß macht Einfach so ein Spiel Wo man Früchte kombinieren muss Das ist echt super simpel Muss ich sagen Aber Aber es macht Spaß Okay, wir haben hier die Kirchen Jetzt haben wir Ah, die Erdbeere Jetzt haben wir die Oranges Das Problem Lass es ganz mal hier werfen Okay, ich hoffe, das war kein Fehler Ja, 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 ja Es rutscht ein bisschen durch Es ist am Rutschen Oh, nö Junge Manchmal bleiben wir halt immer stecken Junge, diese Ananas Die muss ich einfach nur kombinieren Dann haben wir so viel Platz Das wäre so, so gut Aber wie kriegen wir das hin? Die stecken da unten fest Halt, ne? Ist das Problem Dann ist nicht so gut Oh, jetzt haben wir Orange Oh, ja, ja, ja Ja, naja Und jetzt ist Oh, warte Jetzt Ja, 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 ja Okay, sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Wir haben wieder ein bisschen Platz Wir haben wieder ein bisschen Platz Am Starten können wir mit Orange Dann können wir hier Okay, okay Oh, die Pinke Hier darf halt nicht zu viel passieren Müsst echt mal hier ein bisschen Hier drauf werfen So Oh, yeah Ah, okay Jetzt die Erdbeere im Weg Oh, mein Gott Das ist so schwierig Es ist so Nur gefühlt Rollst du Es ist so schwierig Es ist echt Nicht einfach dieses Game Aber Wir machen das am besten So Und jetzt Zack Nein, wieso kombinieren Diese Äpfel sich nicht Das ist doch Veräppelung hier Das ist doch Eine Veräppelung Veräppelung Wirklich Junge, diese Äpfel will mich veräppeln Okay Erdbeere Okay Ich glaube, wir haben gut angefangen Ich bin ehrlich, wir haben gut angefangen Aber Aber mittlerweile Oh Junge Hier passiert nichts Oh, nö Oh, nö Oh, nö Oh, nö Freunde, ihr seht's Das Spiel kann schnell vorbei sein Ey, diese Ananas Wenn die sich irgendwie kombiniert hätten Sind wir raus Oh, nö Ich glaube, das war's Okay, aber Freunde, für die nächste Runde weiß ich auf jeden Fall Bescheid Wir probieren, das Spiel durchzuspielen Okay, wir haben Erdbeeren Ah, die kombinieren sich alle nicht Nein Okay, warte, jetzt, jetzt Ja, 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 okay Wir haben wieder ein bisschen Platz Alles gut Einmal kurz aufatmen Wir haben wieder Oh, ja, 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 ein bisschen Platz Okay 1500 Punkte Oh, mein Gott Hier geht gar nix Hier geht gar nix Was ist das denn hier? Eine Traube haben wir Oh, bitte bleib mich stecken Und Das, das ist jetzt nicht Oh, ja Ja, 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 okay Wir bleiben halt immer stecken Das ist das Problem Oh, okay, okay Jetzt haben wir hier noch eine größere Frucht Traube Ja, kombiniert Ey, Junge, ja Nein, wieso berühren die Äpfel sich nicht? Oh, nein Oh, mein Gott Es ist so schwierig Es ist so, so schwierig Muss ich sagen Okay, zack Wir haben eine Orange Okay, ich glaube mit den Ananas wird nix Aber wir haben es bis zu Ananas geschafft in der Runde Okay, okay Das ist die beste Frucht Und wir probieren es natürlich nächste Runde zu knacken Unseren personal Unseren persönlichen Rekord Okay, wir haben Orangen Nein, wir haben verloren Ah, wir können sogar Das Ganze nochmal probieren Okay, dann lasst das Ganze erstmal ohne Bow Bugs probieren Freunde, mit 1.618 Punkte Das ist unser Highscore Easy Den probieren wir jetzt zu knacken Ich glaube diesmal Diesmal habe ich eine Taktik Und zwar werden wir jetzt alle Früchte, die in der Nähe sind Zum Beispiel die ersten vier Werden wir die rechte Ecke zum Beispiel packen Und so Junge Wie, wie Ja, okay Das war meine Taktik Das Spiel ist vorbei Und zwar probieren wir natürlich Ihn hier Junge Die rollen auch immer, wo die hin wollen Okay, guck mal Wenn wir jetzt zum Beispiel die Erdbeere machen wir jetzt mal hier hin Dann machen wir ihn da hin Und dann müssen die Junge Wir haben alles vermasselt Hier geht gar nix Gar nix Okay, aber guck mal Wir kriegen das jetzt hin Zack Okay Kein Stress Kein Stress Ja, wir haben eine Erdbeere Alles gut Okay, das Spiel Das Spiel macht so süchtig Ich will das ein bisschen den ganzen Tag spielen, ey Das macht echt super viel Spaß, muss ich sagen Aber nur, wenn wir gewinnen Oh yeah Okay, wir machen die Kirche Machen wir hier Äh, jetzt mit den Kollegen Und jetzt kombiniert euch Ja, sehr, sehr gut Okay, okay Alles gut Es sieht gut aus, Freunde Alles sieht in Ordnung, muss ich sagen Wir müssen halt echt Am Anfang ist doch relativ chillig, muss ich sagen Das wird halt immer und immer schwieriger Vor allem bei den letzten Früchten Wir müssen halt immer schauen, dass die Früchte sich kombinieren Und nirgends wo, ähm, stecken bleibt Ja, genau so stecken bleiben Aber ein bisschen trauer Ja, ja, ja Sehr, sehr gut Wir müssen immer Platz schaffen Immer schön Platz schaffen Guck mal, die Erdbeeren sind schon wieder Sind schon wieder ein bisschen blöd gelaufen Dass die ja nicht wegkommen Die Orangenen packen wir hier Kirche neben Erdbeere Kirche ist immer gut Und immer sehr, sehr gesund Freude, schreibt mir in die Kommentare Was ist eigentlich euer Lieblingsobst oder Lieblingsgemüse Oh ja, das wird mir interessiert Ich muss sagen, ich finde Wassermelonen ganz lecker Oh ja, so eine frische, schöne Wassermelone Sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Aber, oh mein Gott Ich will auch die Wassermelonen bekommen in diesem Spiel Es kann nicht Oh mein Gott, doch, nicht so schwer sein, Junge Wir haben wieder vier Äpfel Und keiner kombiniert sich jetzt hier mit irgendwem Die müssen irgendwie durchrutschen Rutscht 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 Wieso machen die nicht Platz? Oh, okay Hier ist was passiert Ey, oh Oh, nee Ich glaube, ich glaube, Freunde Ich glaube Ich will es nicht sagen, aber ich glaube, die Runde ist ein kleiner Fail Guckt mal, wie viele Früchte wir haben Alle bleiben hier gerade so stecken Okay Wie lösen wir das Problem? Wie werden wir dieses Problem jetzt lösen? Indem wir Ja 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 Okay Okay Ich habe nichts gesagt Was ist da passiert? Manchmal rutscht alles durch Und dann hat man richtig viele Früchte auf einmal kombiniert Das ist auf jeden Fall sehr, sehr smart Okay, wir haben einen Apple Okay, sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Das Problem ist dieser Apfel da unten Da müssen wir auch noch einen Apfel hinbekommen Ja, aber langsam aber sicher Wird das Ganze was? Guck mal jetzt Ja Nein, Junge, die bleiben immer stecken Ja Ja Yo, wir haben eine Ananas Ey, den A's Yeah, yeah, yeah Ananas, Ananas, Ananas Okay Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über eine Ananas so freue Aber Junge, es sieht gut aus Wir haben nur zwei Erdbeeren, die da unten noch stecken Die so, Alter, Mann Hol mich hier raus, Mann Aber ansonsten sieht es gut aus Ah, okay Ich dachte, vielleicht rutscht die da durch Aber kein Problem Kein Problem Nur zwei Früchte hier unten Umliegen Wenn wir jetzt nichts vermasseln Können es erst eine gute Runde werden Ananas ist schon mal zwei Früchte vor der Wassermelone Das Problem ist, wir brauchen nicht eine Ananas Sondern Laut meiner mathematischen Berechnung Wir brauchen ja drei Ne, sechs Ja, wir brauchen zwei für die Ach, keine Ahnung Wir probieren erstmal alles kombinieren Oh, yeah Alles ist durchgerutscht Sehr, sehr fresh Sehr, sehr gut, Freunde Erdbeere haben wir Äh, die Küche machen wir dann auf So Ich gehe auf die Erdbeeren Bitte rutsch nicht rum Die kombinieren sich direkt Ja, sehr, sehr gut Schaut euch das Ganze, Mann Äh, okay Die Orangen können wir hier drauf packen Okay, Freunde Ich glaube, so langsam So langsam habe ich den drehen Ein bisschen Oh, raus Apple Apple, Apple Haben wir jetzt auch am Start Erdbeeren können wir kombinieren Ah, die hätten wir hier hinwerfen können Oh, Junge Wir müssen echt viel überlegen Muss ich sagen In diesem Spiel Aber wir kriegen das hin Es kann doch Oh, er rollt dahin Ich flipp aus Ich flipp aus Wie eine flippende Beere Das kann nicht sein Aber hier Hier haben wir halt eine Erdbeere Das ist halt nicht gut Dass dazwischen was ist Nicht, dass da dann später Irgendwas stecken bleibt Oder so Das gefällt mir nicht Aber Boom Boom Let's go Okay, okay Sehr, sehr fresh Muss ich sagen Äh, die Erdbeeren können wir hier Machen zu den Trauben Das passt Das passt, Junge Dieses Spiel Es war so süchtig Obwohl man die einfach nur Früchte kombinieren muss Ich will es schaffen Ich will es schaffen Ich bin ehrgeizig Ich will das irgendwie hinbekommen Äh, machen wir das Ganze mal hier Okay, okay, okay Ja Ja, ja, ja Dann lass das Ganze Ähm So hier machen Okay, jetzt haben wir die Orange Aber hier zwischen Ist ein bisschen blöd Vielleicht kriegen wir das Bisschen rübergeschubst Oder sowas Junge, es ist echt hart Vor allem dieser Picke Ball Oh nö Wo wird er mir die Kirche packen Dahin Er rollt runter Er rollt runter Das kann nicht sein Orange Okay Wir haben 800 Punkte Die sitzt immer links Unsere Punkte Rechts unsere ganzen Früchte Die am Start sind Wir haben wieder viel Orange Aber wir müssen die halt kombinieren Äh, lass uns mal die hier kombinieren Jetzt haben wir schon Oh, ja, ja Die rutschen ein bisschen durch Ja Die Erdbeere Bleibt stecken Kein Ding Okay, jetzt haben wir noch ein Apple Wir sammeln echt viele Äpfel Ist halt irgendwie kombiniert miteinander Das Problem Aber Oh, ja, ja, ja Nein, nein Wieso rutscht Doch, Mann Warum 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 Muss das passieren Okay Wir werfen das Ganze Wir kriegen das In Front Aber bis zum Schluss dran Um zu sehen Ob wir es schaffen Das Sweaker Waterman Game Okay, durchzuspielen Oh, ja 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 Juge Das ist ein Millimeter Juge, dieser Stiel berührt ihn Ey Das kann nicht sein Ja Ja Zwei Ananas Okay, Freunde Neuer Rekord Wir haben zwei Ananas Sehr, sehr fresh Wir müssen halt irgendwie kombinieren Die müssen sich irgendwie Oh, nein Wie macht man das jetzt? Wie kombinieren sie jetzt Zwei Ananas Oh, okay Oh, Junge Da rutscht ein bisschen was durch Ja, rutscht mal ein bisschen weiter Dieser Apfel muss aus dem Weg, ne Dieser Apfel ist irgendwie dazwischen Das bedeutet Wir müssen irgendwas Bekommen, dass dieser Apfel verschwindet Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Wir sind auf einem guten Weg Wir sind auf einem sehr guten Weg Und zwar Oh, diese Orange, ne Die macht mich schon wieder aggressiv Meine Güte Okay Wir haben Apple So Oh, ja Junge, das ist ein richtiger Frucht Früchte-Mix Oh, ja Ja, ja, ja Okay, sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Okay, die Ananas sind jetzt Bisschen weiter voneinander entfernt Das ist nicht so gut Aber Boah, ich weiß auch ein bisschen Bekommen, Freunde Ich weiß nicht Ich gebe mein Bestes Wenn die Früchte Einfach nur mitmachen Dann Nein Die Orange ist stecken geblieben Aber guck mal Jetzt Zack, okay Wir haben einen Apfel Die sind aber alle richtig Weiter voneinander entfernt Junge Ich will mindestens Die eine Frucht Vor dieser Wassermelode haben Was immer das ist So eine grüne Frucht Die sieht auf jeden Fall Auch sehr, sehr, sehr cool aus Ey Kommt schon, Leute Ihr müsst auch mal ein bisschen mitmachen Ne, hier Ihr Bein Könnt euch auch mal ein bisschen Zusammentun Ich kann nicht alles machen Ähm Warte, wir können so Apfel Okay, okay, let's go Apfel ist weitergegangen Die Traube Ach, diese Ananas Das ist halt immer das Problem Aber Apfel eigentlich ist relativ einfach Alle Früchte zu kombinieren Das ist jetzt Junge Ich wollte schon sagen Okay, alles gut Ich wollte mich schon aufregen Aber alles supi Alles tuti, froh So, ja Äh Dann packen wir hier mal eine Orange hin Dann hier eine Traube Okay, wir sind aber wieder sehr weit oben Wir müssen probieren, nach unten zu kommen Wir müssen probieren Wir müssen irgendwas kombinieren Okay, dass wir jetzt nicht zu Ja Dass wir nicht zu weit nach unten kommen Ansonsten Ansonsten sehe ich hier Ähm Nicht so gut Oh, ja Ja, 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 ja Junge Diese eine Erdbeere Die so Alter Mann, hör auf Wo ich den Streit, Mann Der sieht aus, als würde ich den Streit schlichten Zwischen den beiden Orangen Let's go Oh mein Gott Was ist das? Junge Das ist die erste Stufe vor der Wassermelone Oh mein Gott Okay Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Das bedeutet Wir müssen eigentlich nur noch die Ananas Oh mein Gott Wir sind echt gut dabei Wir sind echt sehr, sehr gut dabei Muss ich sagen Vor allem, wie kriegen das denn Die Ananas muss eigentlich Ähm Nein, okay, okay Die Ananas muss, ähm Zu der nächsten Frucht werden Also auch zu dem Grünen hier Und dann können die beiden Grünen sich zu einer Wassermelone Transformieren Ey, wenn wir das hinbekommen, Freunde Das wäre zu krass Das wäre zu, zu krass, muss ich sagen Aber das Problem ist, Junge Dieser Frucht mal ein bisschen in den Augen hier Guck mal, der steht zwischen den beiden Orangen Okay, wir haben gleich unseren neuen Highscore Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen Das ist auch unser Ziel Wir haben die Kirche Ja Traube Und jetzt, 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 jetzt Okay, wir haben Apfel, wir haben Apfel Alles chillig Alles sieht chillig aus So, jetzt haben wir die zwei Orange Ich weiß nicht, lohnt es sich das jetzt hier den reinzuwerfen, ja Ich würde sagen, die ganz kleinen Früchte packen wir nach rechts Und Ja, 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 okay Es ist was passiert Es ist was passiert Oh mein Gott Alter Road to 2000 Punkte Wie soll man das am besten machen Wie machen wir jetzt das am schlauesten Der Apfel braucht, ähm, noch eine weite Orange, ne Ich würde sagen, packen wir das Ganze hier hin Erdbeeren und sowas packen wir alle hier hin Okay, hier haben wir noch eine Orange Oh, bitte Nein Nein, wieso kombiniert ihr euch nicht Das ist ja perfekt Okay, okay Das ist jetzt Millimeterarbeit, die wir machen müssen Das wird, oh, ja, 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 warte Äh, wie machen wir das? Wir machen so Ja Diese Orange da unten nervt mich ein bisschen Aber das wird schon, alles gut Okay, sie rutschen ein bisschen durch Okay, wir haben einen Apfel Als nächstes brauchen wir, ähm, wir brauchen noch einen von ihnen hier Wir brauchen zwei, ähm, Äpfel Er rutscht runter Kein Ding Alles gut Wie, wieso, wie soll der jetzt hier so kombiniert wird, ohne dass er nicht runterrutscht Ah, oh Gott Oh, nö Oh, nö, bleibt nicht stecken Oh, nö Nein, wir waren so gut dabei Okay, aber, warte, warte mal jetzt Jetzt Ja, 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 sehr, sehr gut Okay, okay Juge, was ist das für ein Spiel, Juge? Was ist das für Früchte? Nein, die zwei, das muss ich irgendwie berühren Diese eine Traube Ach, nö Wie macht man jetzt diese Traube weg? Die Traube muss weg Die Traube muss hier weg Junge, wenn die Traube weg ist Dann, dann haben wir es eigentlich Dann kombinieren die beiden sich Und dann haben wir die Wassermelone eigentlich Okay Das, das muss was werden Diese Runde muss was werden Okay, wir haben hier die Orange Äh, guck mal, da haben wir ihn hier Ihn hier Zack, zack Apfel Okay, okay Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz Aber wie kriegen wir diese Traube weg? Junge Es sieht so gut aus Es sieht eigentlich so gut aus Aber doch so schlecht Och, nö Bitte nicht Also, die berühren sich eigentlich hier, ne? Also, das muss ich mal gesagt haben Okay, wir öffnen die Abwehre Oh, yo Okay, da ist irgendwas passiert Ich hab keine Ahnung was Aber sie sind durchgerutscht Okay, wie sollen wir es das am besten machen? Ich würde sagen Wir probieren noch größere Äh, Früchte hier zu sammeln Das Problem ist Okay, wir haben 2000 Punkte Neue Highschool Easy Easy peasy Wie machen wir das jetzt am besten? Oh, nein Oh, nein Er ist stecken geblieben Och, nö Bitte bleibt doch nicht stecken Kommt schon Wieso macht ihr das mit mir, meine Früchte? Okay, jetzt muss hier gar nichts Okay, es muss halt einmal ein bisschen durchrutschen Das ist so spannend Das ist so spannend hier, muss ich sagen Äh, bitte rutsch Das ist jetzt Das ist nicht Junge Das kann nicht sein Das kann nicht sein Oh, mein Gott Oh, mein Gott, okay, hier ist irgendwas passiert Ja, ja, ja Junge, wieso hängt der hier in der Luft? Was ist mit ihm? Diese Oh nein, dieser Traum ist immer noch da Alter Okay, okay, wir halten uns irgendwie noch gerade am Leben Ey, das Oh, mein Gott, okay, ich dachte, das war es Ich dachte, ich habe gerade irgendwas falsch gemacht Junge, wir können es ja nur noch hier Das kann nicht sein Das kann nicht aus dem Ende sein Wir müssen alles hier reinwerfen Okay Okay, okay, alles gut Wir leben noch Wir leben noch Kirche Erdbeere Traube Okay, hier machen wir noch was Oh, mein Gott Oh, mein Gott, okay Oh, mein Gott War es das? Nein Nein, was? Wir leben noch Junge Junge Nein, Freunde Ich will sagen Was ist das hier? Zwei Moos? Können wir uns irgendwas kaufen? Was ist das Ganze kaufen hier? Was? Nein, das war so knapp Das war das Weaker Watermelon Game Like und Abonnieren nicht vergessen Und ich sage, Freunde, uns sehen uns beim nächsten Video Bis dahin Tschüss